Ja, Otschale 9am ist natürlich nach wie vor unser Trucker-Kanal, wie immer, und das wird auch so bleiben. Ja, viel ist ja dort, was ist das, ein Kieswerk da, wo da an der Autobahn direkt ist, denke ich mal, dass das ein Kieswerk ist. Die sind auch ab 6 Uhr morgens da. Und da hört man dann hier und da auch was, aber die machen da ja ihre Betriebe. Gestern 30 Kurs angeführt, so viel habe ich noch nie gehabt. Ja, und da sind natürlich viel entsprachend, aber das hat sich ein guter Punkt. Ja, das ist ja gut, das ist alles klar. Ja, du, ich weiß, ich bin ja dort, das ist das Team Vepa, am März bin ich ja da oben gewesen und da bin ich da jetzt ganz hochgekommen.